Das Internet erobert gerade die Fernsehapparate. Das heißt, Videos können jetzt auch bequem vom Sofa aus auf dem TV-Apparat geschaut werden. Das ändert das Sehverhalten und hat Konsequenzen für Gewerbetreibende. Wir haben einerseits natürlich einen Trend hinsichtlich der Multiplattformen. Das heißt, die Menschen schauen heute Fernsehen, Videos auf dem PC, auf dem Tablet, auf dem Smartphone. Und sehr aktuell ist das Thema Smart-TVs, das heißt der verbundene Internetfernseher. Noch vor kurzem konnte man das nur als Technik beschreiben. Jetzt kann man sicher sein, das nutzen die Leute. Und hier ist unsere Empfehlung im Umfeld der Smart-TV mit einer eigenen App auf dem Bildschirm der jeweiligen Zielgruppe zu erscheinen. Und auch das bieten wir mit videocounter.com integriert.